Hallo! Ich erlebe bei Philips eine sehr große Offenheit mit Wandel umzugehen. Das sieht man zum Beispiel daran, dass es vor fünf Jahren noch kaum Produkte gab, die übers Internet verkauft wurden und heute ist das eine tragende Säule des gesamten Geschäfts. Bei Philips habe ich alle Möglichkeiten, mich zu entwickeln in ganz unterschiedliche Richtungen und das macht eigentlich das Arbeiten hier auch so spannend. Willst du mitmachen?